Heute möchte ich einen weißen Fleck auf meiner Whisky-Karte endlich tilgen. Und zwar, es geht um die Kompassbox. Von denen hatte ich noch nie eine Abfüllung. Und deshalb habe ich mir jetzt mal hier vier Einsteiger von denen geholt. Und beginnen möchte ich heute mit unserem Obstgarten. Also nicht dem Joghurt, sondern dem Ochart-Haus. 46 Volumenprozente, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert und besonders fruchtig. Soll er sein. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky-Turn-Table. Wer jetzt denkt, die Kompassbox ist nur ein weiterer unabhängiger Abfüller? Mit nicht dünn, möchte ich so sagen. Denn sie füllen jetzt nicht klassisch Einzelfässer ab oder kleine Batches, sondern sie kreieren Blended Malts. Auch Vetted Malts schon mal genannt. Und ich glaube, die haben auch ein paar Sachen mit Grain. Aber ich habe jetzt hier nur Blended Malts stehen. Und zwar geht es denen darum, eben ein Whisky wirklich zu kreieren, zu gestalten, aus unterschiedlichen Destillaten, von den verschiedensten Brennereien. In der Kombination mit ganz gezielten Fasseinsatz. Und ja, geht sogar bei mancher Abfüllung hier bis zu einem Hybridfass. Hört sich ganz schön wild an, was? Aber fangen wir mal an. Ich nehme mal meine Karte. Angefangen hat der John Glazer, ein Amerikaner, damit. 2000 habe ich mir aufgeschrieben. Der war wohl schon vorher in der Whisky-Industrie tätig. Und ja, hat er gesagt, mache ich mal sowas. Gibt es noch nicht. Nein, ich kann... Die haben eine schöne... Oder die haben eine Seite mit vielen Informationen. Da kann man schön viel lesen. So würde ich es formulieren. Schaut da einfach vorbei, wenn ihr Interesse habt. Und er hat eben verschiedene Spielarten entwickelt. Wie gesagt, hier fruchtig, also eher so ein, naja, junger, frecher, hübscher, Ex-Burban, Space-Cider, Highlander. So, um das mal so ganz allgemein jetzt aus meiner Sicht. Ich habe ihn ja noch nicht probiert, zu, ja, zur Erklärung oder wie ich die Dinge sehe. Dann haben wir noch den Spice-Tree, unseren Gewürzbaum. Da gibt es eine Kombination aus französischer Eiche mit eben amerikanischer. Und wie der Name schon sagt, es geht um Würze, um Holz. Und, äh, ja, dann gehen wir weiter zum, äh, zum Spanier, ne? The Spaniard. Braucht man fast schon gar nichts sagen. Scherrilastig. Und, zu guter Letzt, darf natürlich nicht fehlen, ein Piet-Monster. Ja, und, äh, ich habe das schon oft zum Beispiel, nehmen wir kurz das Piet-Monster als Beispiel. Ja, bei manchen Eiler-Abfüllungen schon gesagt, wenn da Single-Mold draufsteht und die sind eben sehr jung und rauchig. Äh, klar, man könnte mit unterschiedlichen Fässern was rausholen. Oder wie ich schon oft sage, man könnte es eben interessanter machen, indem ich den Rauch unterschiedlicher Brennereien kombiniere. Und diesen Gedanken finde ich irgendwie sehr faszinierend. Ähm, ich mag Einzelfassabfüllungen, aber die sind ja doch in einer gewissen Art und Weise ja eine Art Glücksspiel. Man weiß nicht, was am Ende bei rauskommt. Und, klar, man kann es immer noch in Wettings packen. Grob gesagt, eine normale Brennerei, wenn sie ihre Standards abfüllt, macht sie auch ein Wetting. Oft aus verschiedenen Fassarten. Und, wenn kein Alter draufsteht, garantiert auch aus verschiedenen, äh, jungen, beziehungsweise alten Malls. Aber sie stammen eben immer nur aus einer Brennerei. Na, da muss man schon irgendwie zu Johnny Walker hingehen und so ein 15 Jahre, äh, Green Label sich holen. Oder, so manch anderer unabhängiger Abfüller hat da schon auch mal ab und zu interessante Sachen. Gut, äh, unserer Obstgarten, 36 Euro. Der Gewürzbaum, 38 Euro. Und, äh, der Spanier, 40 Euro. Das Torfmonster, blende ich euch ein, habe ich nämlich nicht aufgeschrieben, da ich den heute auf gar keinen Fall probieren werde. Ich muss mal gucken, wie viel Lust ich nachher habe. Zwei probiere ich auf jeden Fall. Ob ich den dritten noch nehme, sehe ich später. So, das soll es dazu gewesen sein. Und jetzt geht es um ihn hier. Ja, ist immer das Blöde, man kennt kein Alter. Das kann ich euch hier auch nicht nehmen. Und man sagt dann schnell immer, man weiß ja gar nicht, was drin ist. Was haben sie da gemacht? Das ist das Schöne? Man weiß es doch. Auf der Flasche geben sie hinten schon Linkwood und Kleinisch an. Beim fruchtigen Malt ja auch überhaupt nicht verwunderlich. Und, äh, ja, eine der beiden Brennereien hätte ich bestimmt auch für einen guten, fruchtigen Blended Whisky vorgeschlagen. Blended Malt. Aber es geht noch weiter. Ich habe es mir jetzt nur in schwarz-weiß ausgedruckt. Die haben auf jeder Seite, haben die eine PDF? Ja, warum nicht? So wie beim, wie bei so vielen technischen Produkten oder was weiß ich für Artikel. Man geht auf die Herstellerseite und dann gibt es eine PDF. Na, alles kurz zusammengefasst drin. Aber das Wichtigste kommt erst auf Seite 2. Ich habe es, wie gesagt, nur in schwarz-weiß. Da gibt es ein schönes Farbdiagramm. Da wird uns, ich halte es mal so, da wird uns wirklich angegeben, was da im Detail drin ist. Runter bis auf die 2,4%. Und, äh, wir haben hier eben zum Beispiel nicht nur Linkwood und Kleinisch drin, sondern auch Ben Rennes. Und, äh, 2,4% Kalila. Sehr wahrscheinlich, um den ganzen vielleicht ein bisschen Pepp im Hintergrund zu geben, sodass man es gar nicht wahrnimmt. Und nochmal einen Highland Malt Blend, der hier unten angegeben wird. Das ja besteht aus Glenmorey, äh, Balmenach und Tomaten. Dazu taucht er häufiger auf, also lasst euch nicht irritieren oder manche andere Brennerei auch. Äh, und es geht dann darum, äh, genau, First Fill X Bourbon Barrel. Und dann, das vermute ich, wir haben ja hier so eine Art Baumringe, dass vielleicht jede Umdrehung ein Jahr ist. Steht aber nirgendwo hier wirklich erklärt. Aber das wird für mich erklären, warum ich wirklich dieselbe Fassart wie hier beim Linkwood habe. Ne, First Fill Bourbon Barrel, hier oben auch. Und einmal mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahren oder 8 Ringen und einmal mit, äh, nur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, auf jeden Fall mehr Informationen habe ich da noch bei keinem anderen gesehen. Ich weiß, dass die ja auch regelmäßig da mit der Scotch-Whiskey-Association im Clinch liegen, weil sie ja, glaube ich, viel zu viel angeben. Und das mögen die ja da gar nicht. So, ich nehme ihn mir mal. Ich hatte jetzt schon, wie bei einem rauchigen Mold, frische, frische in der Nase, Garten in der Nase. Wir haben es heute 22 Grad gehabt. Fragt mich nicht, warum ich das gerade mache. Ich habe irgendwie, vielleicht weil er so frisch reinkam, ich habe irgendwie das Gefühl, über den Winter habe ich es ein paar Mal gemacht, mein Mold wäre zu kalt. Aber er kommt so frisch rein. Die 46 Volumenprozente sind das vielleicht, die so eine leichte, leichte Frische ergeben. Und dann ist es wirklich eine Vanillenote, die sich durch eine schöne Birne zieht, finde ich. Ein bisschen Traube. Ein wenig, ein wenig Blumen, Blumen, was Florales möchte ich da nicht unterm Tisch fallen lassen. Vanille, Floral, Birne, Apfel kann man da rein interpretieren. Was ich witzig finde, ist es ein bisschen Traube. Ganz friedlich, ganz unschuldig. Ich nehme hier nochmal diese Aufstellung. Ihr wisst ja, Nodes interessieren mich in der Regel jetzt nicht so sehr. Aber das hier, ach genau, das Witzige ist, die haben sogar jedes Batch dabei. Diese Abfüllung gibt es hier erst seit 2021. Und sie haben, glaube ich, jetzt zwei Batches. Ich habe eins aus 18, 01, 22. Und sie sind sich ähnlich, aber natürlich nicht komplett gleich. Das habe ich auch bei anderen Abfüllungen gesehen. Hier ist aber auch zum Beispiel Re-Vetted Oloroso Sherry Seasoned Butt ist hier zum Beispiel auch mit drin. 6,6 Prozent. Genau, eine Brennerei nahe der Stadt Abelauer. Ja. Ich meine, Abelauer ist klar. Ich glaube, Glenn Lechy ist da auch noch. Aber, ja, wer weiß, es dürfen sie wohl nicht nennen. Aber wie gesagt, solche Infos, das liebe ich ja. Was haben wir denn hier noch? Was schreiben Sie denn beim Carl Ila dabei? First Phil Bourbon, also ziemlich viel. Hier, französische Eiche mit ihrem Highland Malt Blend ist dabei. Und sonst eben meistens Bourbon, Bourbon, genau, Bourbon und Bourbon. Auch immer First Phil. Klar, um da ein bisschen Kraft reinzubringen. Im Durchschnitt ist er jetzt nicht wirklich sehr alt. Und wie gesagt, das finde ich interessant mit dem bisschen Carl Ila. Und dann auch dieser französischen Eiche. Und ein bisschen Olo-Roso-Sherry. Also sehr interessant. Das sind kleine Mengen, aber die geben vielleicht diesen Pepp, wie ich ihn bei manchem, ich möchte es gar nicht sagen, also bei manchem Standard schon kennengelernt habe. Wenn man dann liest und man sagt, Mensch, ich hätte jetzt rein an Ex-Bourbon gedacht. Und dann erfährt man auf einmal doch, dass ein wenig spanisches Holz mit drin sein soll. Ein wenig Olo-Roso-Fässer. Und man denkt, Mensch, wo stecken die denn? Und man sieht es irgendwie fast schon negativ. Also negativ, Mensch, da hätte ich aber gerne mehr Sherry-Einfluss. Aber nee, ich denke, dass das oft zur Untermalung ist und einfach diesen, was ich jetzt so platt als Ex-Bourbon-Charakter gerade bei jüngeren Molls ansehe, dann doch noch so ein bisschen besser gepusht wird. So. Lange genug rumphilosophiert. Und er ist schön frisch. Also, ich glaube, wenn einer nach ein, zwei Whiskys mich mal wieder fragt, was er sonst noch so probieren kann und er steht auf so leicht florale, blumige, fruchtige Molls, würde ich ihm den empfehlen. Weil er so klischeehaft ist, so simpelig, eben im Querschnitt. Vielleicht erzähle ich es nur, da er ja kleinisch mit drin ist, aber ich finde, er hat so eine leichte, dumpfe, wachsige Note. Wachs, ihr wisst, was ich meine. Das ist eben so klischeehaft für kleinisch. Ein wenig Honig, Honig, wachsig. Ich meine, das geht ja auch ineinander über Bienenwachshonig. Kerzen aus Bienenwachs, so meine ich das. Ja, die gefällt mir. Leicht sämig. Als erstes war er relativ frisch, also ein schönes Gefühl. Dann wird er immer, dann kriegt er immer mehr Vanille, Honigsüße, wird so leicht cremig. Ich meine, da wirklich stärkeres Holz wahrzunehmen. Das ist mein erster Schluck. Die 46 Volumenprozente, wunderbar. Schöne Trinkstärke. Ich würde ihn gerne mal ohne diese 2,6% Kalila probieren. Ich nehme keinen Rauch in der Nase wahr. Aber im Abgang zwischen dem stärkeren Holz und so, da könnte ich es mir vorstellen, dass das unbewusst von hinten noch so ein bisschen pusht, wenn da irgendwie noch so 2 ppm oder irgendwie sowas drin sind. Eine leichte sommerliche Note. Eben war ich noch bei frisch, jetzt wird es irgendwie so ein bisschen wärmer. Ich habe jetzt aber keine Beeren, sondern eher so ein bisschen Traube, Traubensäure auch nicht. Beim Linkwood kann man ja auch gerne nach einer schönen Citrusnote suchen, aber die ist ja einfach viel zu süß. Die wird einfach zu so einem fruchtigen Kompott. Ohne, dass jetzt Zimt drin ist. Da kommen wieder die Birnen und Äpfel raus. Und diese Honignote, die eben so ein bisschen gegen diese frische Fruchtigkeit nicht angeht, sondern sich damit verbindet, diesen Vanilletouch da reinbringt, ein wenig Holzwürze. Das Holz hat so ein bisschen was, ganz entfernt von so schwachem Lakritz, das man vor 5 Minuten gegessen hat, mit so ein bisschen schwarzem Tee, also ein angenehmer schwarzer Tee, der jetzt nicht gezuckert ist, obwohl ich eben von Honigsüße gesprochen habe. Ich bin jetzt hier beim Abgang vom Holz. Immer noch so leicht, leicht belagbildend, leicht, also diese Cremigkeit belagbildend ist ja fast schon. Das hört sich immer so schnell nach schweren Sherry an, aber das hat er gar nicht. Finde ich gut und das für 36 Euro, also wenn es einem gar nicht wichtig ist, dass ich eine einzelne Brennerei habe. Das ist mir ehrlich gesagt, Da ist es mir wichtig. Ja, auf der einen Seite schon, gebe ich ja zu, weil man dann doch auch weiß, was man kriegt. Aber wenn es mir eigentlich um diesen generellen schottischen Whisky geht, ist das hier wunderbar getroffen. Oder dann von mir aus in die einzelnen Regionen oder Spielarten. Hier beim Spicetree weiß ich noch nicht, was da gleich kommt, aber beim Spanier kann ich mir was vorstellen und beim Pietmonster auch. Ich glaube, beim Pietmonster steht nichts mit Isla drauf, muss ich nochmal ganz genau nachrecherchieren. Ich muss mir auch mal diese Zusammensetzung angucken. Dann kriegt wunderbar diese Mischung hin aus hellen Früchten, ohne dass sie irgendwie so zitruslastig werden oder säuerlich werden. Und dann so einer schönen Butterscotch, die ist gar nicht so klassisch, aber irgendwie so einer Honig-Vanillenote, die wunderbar oder leicht cremig im Mund liegt, dadurch diese Frische, diese Jugend so ein bisschen runterspielt oder glättet. Ein wenig Holz im Abgang. Wunderbar. Finde ich gut. Würde ich auch gerne machen, sowas. Aber muss doch toll sein, das ist mal ernsthaft. Also komm, wir packen da mal 2,6% Kalila rein. Und die müssen ja was bewirken, sonst würden sie es ja nicht machen. Können sie einfach ihren Highland Blend Malt da auch 2,6% mehr reinschütten, denke ich mir. Es gibt dazu keinen Umkarton, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe die Flasche so bekommen. Bei den anderen habe ich auf jeden Fall im Netz schon mal Umkartons gesehen. Aber er ist ja noch ziemlich neu, erinnert mich so ein wenig an die Flora und Fauna Serie von den Kartons her. Früher hatten sie alle Kartons, dann war es recht schwierig an einen ranzukommen und heute kriegt man glaube ich sowieso keine mehr. Ja. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das hier Sammlerstücke wären. Das sind echte Genießerflaschen zum Probieren, zum Whisky erleben, zum Spaß haben. Ja, hat mich abgeholt. Ich freue mich auf unseren Gewürzbaum, der gleich folgt. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.